Ja, hallo meine Lieben, ich freue mich, dass wir heute Abend wieder über diesen Weg kommunizieren dürfen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und dass sich einige schon eingeschaltet haben, andere vielleicht noch dazukommen. Ja, eine Woche ist wieder dahin und wir haben wieder jeder auf seine Weise das eine oder andere erlebt und ich hoffe, dass ihr auch heute einen schönen Tag hattet und dass wir gerüstet sind für das Thema, das wir heute miteinander behandeln wollen. Ich habe angekündigt, dass wir das Thema vom letzten Mal fortsetzen werden und so habe ich für diesen Abend heute den Titel gewählt, wie ihr ihn sehen könnt, das Sündenbock-Syndrom. Vielleicht ein etwas sonderbarer Titel, aber jeder wird damit etwas anfangen können. Worum geht es dabei? Ich denke, es gehört zu unserem Menschsein grundsätzlich dazu, dass wir in jeder Situation unseres Lebens, egal wo wir uns befinden, es wird immer so sein, dass wir besonders bei negativen Dingen in unserem Leben, bei Ereignissen, die uns vielleicht nicht so ganz erfreuen oder die da plötzlich irgendwo auftauchen und nicht das bringen, was wir uns wünschen würden, dass wir irgendwo nach der Schuld oder nach dem Schuldigen suchen. Und das gehört so ein bisschen zu unserem Menschsein dazu, dass wir sofort irgendwo fragen, warum ist das jetzt geschehen, was ist los, wer ist schuld, dass das und das passiert ist. Und letztendlich auch die Frage, die uns jetzt schon einige Zeit auch beschäftigt hat in den vergangenen Themen, wer ist schuld an allen Übeln, die überhaupt in dieser Welt geschehen und seither, und an den Übeln, die seit dem Sündenfall in dieser Welt geschehen und seither eben passieren und uns auf dieser Erde begegnen. Das kann die Familie sein, das kann die Ehe sein, wo man nach einem Schuldigen sucht und es gibt im Alltag so viele Situationen in der Arbeit, in der Freizeit, da passieren irgendwelche Dinge, Streit, Unfälle, Katastrophen, wie wir es gerade in dieser Woche wieder erlebt haben in Italien. Und man wird nicht umhinkommen, dass man sich fragen wird, was ist schuld. Und wir haben auch gemerkt, dass das auch wirklich der Fall ist, dass man hier auch bei solchen Ereignissen nach der Schuld sucht. Und es gibt dann immer wieder Erklärungen, wo man sagt, jetzt gerade bei dieser Katastrophe, ja, vielleicht hätte man die Häuser besser bauen können, also werden da wieder irgendwelche Schuldigen gesucht. Und wo immer irgendetwas passiert, es geht letztendlich auch immer wieder um die Schuldfrage. Und nachdem wir dieses Thema von der Sündenfallgeschichte her beleuchten wollen und miteinander überlegen wollen, diese Sündenfallgeschichte weiter betrachten wollen, wird sich auch die Frage stellen, war es Adam und Eva, die an allem schuld waren, sind, dass in dieser Welt passiert oder ist es der Teufel? Diese Frage haben wir schon gestellt. Sind wir alle vielleicht selber schuld, wenn Dinge so oder so geschehen? Oder ist gar Gott schuld an gewissen Entwicklungen und Dingen in unserem Leben, die geschehen? Oder ist vieles einfach Schicksal, reiner Zufall, eine natürliche Entwicklung der Dinge, die eben in dieser Welt passieren? Um diese Fragen wird es letztendlich gehen. Und wir haben das letzte Mal davon gesprochen, in Zusammenhang mit der Sündenfallgeschichte, dass gleich nach dem Sündenfall Gott dem Adam und der Eva, nachdem sie von dieser verbotenen Frucht gegessen haben, und er versucht hat, sie irgendwo wieder zurückzugewinnen und mit ihnen in das Gespräch zu gehen, da kam es zu diesen Flüchen, die wir dort im ersten Buch Mose in Kapitel 3 aufgezählt haben. Und wir haben ja das letzte Mal angekündigt, dass wir uns im Zusammenhang mit diesen Flüchen die Frage stellen wollten, war Adam und Eva schuld an all der Verwirklichung dieser Flüche, die da im Paradies von Gott angekündigt waren? Das wird das Thema sein, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Und es ist sicher ein heikles Thema mit viel Hintergrundverständnis, das wir dazu brauchen. Und natürlich auch manches an traditionellem Verständnis, das im Christentum allgemein darüber da ist. Und wir wollen uns auch in dieser Frage an Gott wenden und ihm bitten im Gebet, dass er uns durch seinen Heiligen Geist leitet. Lasst uns beten noch. Lieber Vater im Himmel, wir sind dir wieder dankbar für diesen Abend, den du uns schenkst, für die Möglichkeit, dass wir wieder über diesen Weg miteinander über dein Wort nachdenken dürfen. Segne unser Gespräch heute, unser Nachdenken. Gib, dass dein Heiliger Geist unsere Gedanken lenkt, dass wir auf die wichtigen Dinge aufmerksam werden und dass wir auch das verstehen, was du in deinem Plan für diese Welt vorgesehen hast und was du trotz der Sünde, die in diese Welt gekommen ist, was du aus dieser Welt machen wolltest und was du auch weiterhin noch für Absichten hast. Lenke unsere Gedanken und führe uns und halte alle Störende fern und sei du unser Lehrer in allem, was wir wissen wollen und was wir wissen können. Hab Lob und Dank, dass du bei uns bist. In Jesu Namen. Amen. Ich habe hier eine Studie, die den Titel trägt, eine kleine Studie, ein Leitfaden für ein Thema von einem Theologen, der hier eine Studie gemacht hat über Jesus, unser Stellvertreter. Das ist eine Studie, die vor allen Dingen den Erlösungsplan in kurzen Zügen darstellen sollte und wenn man den Erlösungsplan richtig verstehen möchte, dann ist es natürlich notwendig, dass wir auch verstehen, wovon soll denn der Mensch erlöst werden. Und der Erlösungsplan oder die Frage der Erlösung hat natürlich auch immer mit der Sünde zu tun. Denn hätte es die Sünde in dieser Welt nicht gegeben, bräuchten wir auch nicht von einer Erlösung sprechen und von keinem Erlösungsplan sprechen. Und der Autor dieser Studie, Gerhard Vandl, der hat hier ein Konzept zusammengestellt, das natürlich sehr logisch aufgebaut ist und dort beginnt, wo man eigentlich eine Studie über Erlösung beginnen sollte, nämlich mit der Sündenfallgeschichte und mit der Sünde, mit der Definition der Sünde und die Beschreibung dessen, was Sünde auch für Auswirkungen hat. Und er hat hier gleich ziemlich am Anfang einen Satz formuliert, den ich gerne als Ausgangspunkt für unser gemeinsames Nachdenken darstellen möchte. Und er gibt mit dieser Erklärung, die er hier gegeben hat, eigentlich die Antwort auf die Frage nach den Folgen, nach der Ursache, nach der Schuld. Wer ist schuld an all den Problemen, die in dieser Welt existieren? Und da sagt er hier in einem Satz, was wir auf Erden vorfinden, ist das Resultat der Sünde Adams. Ich habe über diesen Satz oft und oft, ich habe diese Studie schon öfters in den Händen gehabt und immer wieder auch mir sie genauer angeschaut. Und ich habe eigentlich über diesen Satz zunächst einmal total drüber gelesen. Bis mir dann irgendwann mal aufgrund einer tieferen Auseinandersetzung mit diesem Thema des Sündenfalls und den Folgen des Sündenfalls doch etwas aufgefallen ist an diesem Satz, was wir auf Erden vorfinden, ist das Resultat der Sünde Adams. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ist das wirklich so? Kann man wirklich sagen, dass Adam also in dem Fall der große Sündenbock ist, dass seine Sünde allein, oder die Sünde Evas natürlich, die vor Adam ja begangen wurde, ist diese Sünde dieser zwei Urmenschen alleine schuld für all die Übel, die wir heute in dieser Welt zu erleben haben und miterleben. Vielleicht auch am eigenen Leib. Stimmt das? War in dem Fall auch Adams Sünde schuld an der Füllung all der Flüche, die wir dort im ersten Buch Mose im Kapitel 3 vorgefunden haben und über die wir das letzte Mal, die wir da schon gelesen haben und was bisher sich alles an dem erfüllt hat in dieser Welt? Eine Frage, die wirklich wert ist, dass man sie nachdenkt, dass man darüber nachdenkt. Das hat auch mit der Frage zu tun, war Adams und Evas Sünde unausweichlich für alle negativen Entwicklungen verantwortlich, die also bisher diese Welt erlebt hat. Und ich habe da eine Aussage von Ellen White, eine inspirierte Schreiberin aus dem 19. Jahrhundert und zwar in einer Zeitschrift Revue und Herald, da habe ich sie gefunden und da schreibt sie sehr bemerkenswerte Dinge und ich werde sie heute einige Male zitieren, weil ich denke, dass sie sehr wichtige Aussagen gemacht hat, die es wert sind, überlegt zu sein. Und da heißt es hier, Adam und Eva übertraten das Gesetz Gottes, sie aßen von der verbotenen Frucht und wurden von Eden vertrieben. Wir könnten uns sehr freuen, wenn dies der einzige Sündenfall gewesen wäre, dort im Paradies, im Garten Eden. Aber so war es nicht, wie wir wissen. Sie sagt hier, doch seit dem Fall von Adam und Eva gab es in der Geschichte der Menschheit eine Aufeinanderfolge von Sündenfällen. Und da stellt sich für mich die Frage, stimmt das wirklich? Ich war also auch selbst als Verkündiger des Evangeliums, als Prediger, eigentlich nie so richtig gewohnt, von mehreren Sündenfällen zu sprechen, von einer ganzen Reihenfolge, Reihenfolge, Aufeinanderfolge von Sündenfällen. Aber wenn das stimmt, dass es so ist, dann müssten wir uns ja die Frage stellen, warum sprechen wir dann in der Theologie, in der christlichen Theologie, immer nur eigentlich von einem Sündenfall, der Sündenfall. Und in dem Fall Einzahl. Wenn es eine Reihenfolge gibt, wie es hier in diesem Text gesagt wird, dann was ist damit gemeint? Eine zweite Aussage, die ich da gefunden habe und die einigen durchaus bekannt sein würden, und zwar in dem Bibelkommentar auf Seite 11, der von Elmweit zusammengetragen worden ist, aus verschiedenen Aussagen, aus ihrem Schrifttum. Und da heißt es, hätte der Fall der Menschheit mit Adam nur aufgehört. Ein Wunsch, den sie da zum Ausdruck bringt. Doch es gab eine Reihenfolge von Abfall. Die Menschen wollen aus Adams Erfahrung nichts lernen. Und offensichtlich ist es wohl so. Und da sagt sie weiter, während sie sich, während die Menschen sich der Esslust zum Beispiel und den Leidenschaften hingeben, die eine direkte Übertretung des Gesetzes Gottes bedeuten, fahren sie gleichzeitig fort, Adams Verfehlungen zu bedauern, welche die Sünde in die Welt gebracht hat. Eine Aussage, über die es wert ist, nachzudenken. Wir könnten es uns sehr einfach machen, und viele Menschen machen sich das ja sehr einfach, und sagen, naja, wenn es den Adam nicht gegeben hätte, wenn der nicht so dumm gewesen wäre, oder auch die Eva, wenn die nicht gesündigt hätten, dann hätten wir eigentlich Frieden auf dieser Welt. Dann wäre alles friedlich, und wir hätten keine Probleme. Und werfen damit einen Stein auf Adam und Eva, diese ersten Menschen, die von Gott ganz bestimmte Wegweisungen bekommen haben, Gebote bekommen haben. Sie sollten Gott glauben, sie sollten Gott gehorchen. Und wir riskieren, sie zu verurteilen, dass sie das nicht getan haben, und merken dabei selbst nicht, wie oft und oft wir selbst Gebote Gottes übertreten und nicht bereit sind, vielleicht oft das zu tun, was Gott auch heute noch von uns Menschen erwartet. Und wenn sie hier sagt, hätte der Fall der Menschheit mit Adam nur aufgehört, ist das nicht ein Wunschdenken, das man hat? Hätte der Fall der Menschen nach der ersten Sünde überhaupt aufhören können? Eine Frage, die in diesem Zusammenhang durchaus angebracht ist, wäre es prinzipiell möglich gewesen, dass es bei dieser einen Sünde im Paradies geblieben wäre, bei diesem einem Ungehorsam, den diese Menschen damals gemacht haben? Ist das rein theoretisch, wäre es rein theoretisch möglich? Oder waren die Menschen, seit Adam gesündigt hat, gezwungen, einfach zu sündigen? War da etwas, was sie einfach dazu gezwungen hat, wo sie nicht mehr anders konnten? Und über diese Frage denken ja heute Theologen sehr unterschiedlich. Es gibt ganz deutlich die Meinung unter christlichen Theologen, dass ab dem Augenblick, wo Eva zu dieser Frucht gegriffen hat und Adam dann ebenfalls von dieser Frucht gegessen hat, war es unmöglich für sie, weiterhin noch treu, Gott treu zu sein und nicht weiter zu sündigen. Das hat dazu geführt, in der Kirchengeschichte, dass man so weit gegangen ist, dass man diese Idee sogar der Erbssünde aufgebracht hat. Dass man diese Meinung vertreten hat und entwickelt hat, also diese Theologie entwickelt hat, dass der Mensch einfach nicht anders kann, als nur zu sündigen und immer wieder gegen Gott zu rebellieren und Gott ungehorsam zu sein. Und damit erst recht wieder Adam die Schuld in die Schuhe zu schieben, dass eben er durch seine Sünde dieses Unheil über die Menschen gebracht haben hat und durch Vererbung ist dann die Sünde von einer Generation auf die andere einfach so weitergegangen. Und so hat sich das eben auf diese Art und Weise unweigerlich ausgebreitet, ohne dass da irgendwas unternommen werden konnte dagegen. Von der Seite des Menschen und selbst von der Seite Gottes her offensichtlich war es nicht möglich, dass es anders ging ab dieser ersten Sünde. Ob das wirklich so war, das würde dem widersprechen, dieser Aussage hätte der Fall der Menschheit mit Adam doch nur aufgehört. Aber es gab eine Reihenfolge von Abfall. Eine weitere Aussage von der selben Autorin im Public Health Journal 1902, eine Aussage, die ich kürzlich erst gefunden habe, die auch sehr in diese Richtung geht und dieses Konzept hinterfragt, ob denn wirklich Adam an allem schuld ist. Und da heißt es hier, Krankheit und ein frühzeitiger Tod haben schon so lange mit einer ständig zunehmenden Last von Leiden geherrscht, dass man es mittlerweile als vorbestimmtes Schicksal ansieht. Also wenn es vorbestimmt war, das ist Schicksal, das geht nicht anders. Aber, so sagt hier Ellen White, das ist ein Irrtum. Gott ist nicht der Urheber der vielen Flüche, denen sterbliche Menschen unterworfen sind. Und das offensichtlich, obwohl er diese Flüche dort im Paradies angekündigt ist, ist aber doch nicht der eigentliche Urheber dieser Flüche. Und was das bedeutet, werden wir im Laufe unseres Nachdenkens sicher besser verstehen. Es ist nicht, weil Gott etwas seiner Geschöpfe gerne leiden sehen würde, dass es so viel Elend in dieser Welt gibt. Es liegt auch nicht alles an Adams Übertretung. Und das möchte ich hier auch noch einmal unterstreichen, dass das einen Sinn hat, wenn wir das einmal ganz klar so zum Ausdruck bringen. Es liegt nicht alles an Adams Übertretung. Wir beklagen womöglich den Sündenfall in Eden und denken, dass unsere Stammeltern hätten jämmerlich versagt, als sie der Versuchung nachgaben und so die Sünde mit all ihren schlimmen Folgen Einlass in unserer Welt fand. Aber die erste Übertretung ist nicht der alleinige Grund für unser trauriges Los in dieser Welt. Seit Adams Zeiten ist ein Sündenfall nach dem anderen geschehen. Eine Überlegung und eine Darstellung des Sündenfallproblems, das normalerweise eigentlich nicht so üblich ist. Also ich habe eigentlich so in der christlichen Theologie noch selber nie eine Predigt, nie eine Studie gelesen oder irgendwo, die auf diese Art und Weise den Sündenfall behandelt hat. Dass man sagt, dass man hier von mehreren Sündenfällen spricht, und dass man nicht dem ersten Sündenfall die ganze Schuld zuschieben kann für alles Leid, das in dieser Welt geschieht. Es ist bemerkenswert, dass eigentlich diese Gedanken gar nicht so üblich sind. Noch eine Aussage aus demselben Buch, diesem Bibelkommentar. Seit Adams Tagen bis zu unseren gab es eine Reihenfolge von Sündenfällen. Jeder größer als der vorherige. Was ist damit gemeint? Da heißt es hier weiter, Hierzu gehören alle Arten von Verbrechen. Das heißt, jede Art von Verbrechen, jede neue Art von Verbrechen ist eine neue Art von Sündenfall. Und ich denke, wenn wir in die Weltgeschichte zurückschauen, dann müssen wir uns die Frage stellen, wie viele Arten von Verbrechen hat sich der Mensch ausgedacht. Und wenn wir heute so unsere Medien anschauen, dann muss man sagen, es hört ja nicht auf. Man liest immer wieder, fast jeden Tag jetzt schon bald, von neuen Verbrechen, die auf eine ganz andere Art und Weise geschehen sind, als sie bisher gekannt waren. Und ich denke, wir haben einige Beispiele in unserer Neuzeit, auch hier in Österreich, was sich Menschen für Grausamkeiten ausgedacht haben. Das heißt, zu diesen Reihenfolgen von Sündenfällen gehören auch solche Art von Verbrechen. Dies war nicht in Gottes Vorhersehung bestimmt, heißt es hier in diesem Text weiter, sondern ist seinem Willen gänzlich entgegen. Und das auch trotz des Sündenfalls. Es konnte niemals Gottes Wille gewesen sein, dass nach dem ersten Sündenfall Gott es in seiner Absicht hatte und dass er seinem Willen entsprochen hätte, dass jetzt ab dieser ersten Sünde ein Verbrechen nach dem anderen sich fortsetzt und eines größer und schlimmer wird als das andere, bis die Erde ein ganzes Schlachtfeld ist, wie wir es ja in der Geschichte immer wieder erlebt haben und auch heute noch so beobachten können. Dann müssen wir uns natürlich die Frage stellen, ja hat denn Gott selber etwas dazu beigetragen, dass es eventuell, dass diese Sündenfälle eventuell nicht so fortgesetzt werden sollten. Hat Gott etwas dazu getan, um solche Verbrechen eventuell auch zu verhindern, trotz dieser ersten Sünde, die da im Paradies begangen worden ist? Gab es Hilfe dagegen? Und ich denke, wir haben hier einen sehr interessanten Text gleich am Anfang der Bibel, wo aus dem schon ein gewisser Gedanke abgeleitet werden kann, dass hier Gott sehr wohl etwas getan hat, um diesen Übel, dass er zwar auf der einen Seite angekündigt hat, diese Folgen der Sünde, dass ihnen doch ein Riegel vorgeschoben werden kann. Und da gibt es diesen Text in 1. Mose 3, Vers 15, wo es heißt, wo Gott sagt zur Schlange, zu der er hier spricht, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Da spricht Gott von einer Feindschaft, die gesetzt werden sollte, zwischen dieser Schlange, das heißt ein Sinnbild für den Teufel, und die Frau, Eva, als buchstäbliche Frau, aber gleichzeitig ein Sinnbild auch für die Menschheit, wenn man so möchte, für die Nachkommenschaft der Frau, auch ein Bild für die gläubige Menschheit, die dann später in der Bibel auch unter einem Frauenbild dargestellt wird. Und oft wird dieser Text hier von dieser Feindschaft auch sehr einfach in der Weise interpretiert, dass man sagt, aha, ja, seit der Sünde gibt es hier einfach eine Feindschaft zwischen Gut und Böse. Das kann man auf diese Art und Weise sehen, und das ist auch so, wie wir das erleben in dieser Welt, gibt es diese Feindschaft offensichtlich. Aber wenn Gott diese Feindschaft setzt, dann muss das nicht unbedingt etwas Negatives sein, denn das würde ja dann bedeuten, dass Gott hier nach seinem Plan dieses Böse gesetzt hat, das sich ständig mit dem Guten im Streit zieht. Gott konnte hier nicht etwas vorprogrammiert haben, sondern wir müssen das eher im positiven Sinne sehen, dass Gott hier die Möglichkeit gegeben hat, eine Feindschaft dem Bösen zu bieten. Und das Böse in Person ist ja hier nicht irgendein Mensch von Anfang an. Im Paradies hat es ja noch keine bösen Menschen gegeben, gegen denen man irgendwo eine Feindschaft aufbauen müsste, sondern im Paradies gab es eigentlich nur diese sogenannte Schlange, die ein Sinnbild für Satan war. Und in erster Linie sollte hier, wollte Gott hier eine Feindschaft im Menschen setzen, die diesem Teufel Stirn bieten sollte und ihm eine Feindschaft entgegenstellen sollte. Das heißt, eine Kraft zu bekommen, eine Einstellung zu bekommen, die sich gegen das Böse wendet. Wir werden noch in einem nächsten Thema auf diese Stelle noch viel intensiver eingehen, weil das ein ganz wesentlicher Text ist, der auch sehr stark mit Erlösung zu tun hat und mit dem, was Gott hier vorgesehen hat. Aber für heute möchte ich das einfach einmal so darstellen, dass Gott hier in diesem Text, in diesem Gedanken der Feindschaft eigentlich etwas den Menschen verheißen hat, wodurch er dem Bösen Widerstand leisten sollte. Und das, was uns in der Bibel ganz allgemein offenbart wird, wodurch der Mensch dem Bösen Widerstand leisten kann, das kann nur eine göttliche Kraft sein. Entweder ist es Gott selbst oder es ist der Heilige Geist oder es ist Jesus Christus. Wir können im Grunde genommen diese Trinität, diesen dreieinigen Gott nicht voneinander trennen, in dem Sinn, dass nur einer von ihnen etwas tut, damit dem Menschen geholfen wird, dass er dem Bösen Widerstand leisten kann. Ich denke, der ganze Himmel hat sich eigentlich auf die Seite des Menschen gestellt, trotzdem, dass es sich gegen ihn gestellt hat. Und wir haben den Beweis dafür, dort im Garten Eden, wo Gott den Menschen nicht einfach dahin gegeben hat, nachdem er gesündigt hat, sondern wo er in eine Verbindung mit ihm gegangen ist. Das heißt, Gott hat den Menschen die Möglichkeit gegeben, mit ihm in einer Verbindung zu bleiben, in eine Verbindung zu gehen, nach seinen Gesetzen zu leben, weiterhin nach seinen Geboten zu leben. Und Gott hat dem Menschen auch ein Gewissen gegeben, das ihn lenken sollte und das ihn vor Bösen und vor verkehrten Vorstellungen und vor verkehrten Tun auch bewahren sollte. Natürlich gab es dann auch die Folgen der Sünde, das heißt, jede Sünde, die der Mensch begangen hat, von Anfang an, hat er seine Folgen gehabt. Und auch aus diesen Folgen sollte ja der Mensch lernen. Und wir wissen, wie schwer wir uns dann manchmal tun, wenn wir unsere eigenen Kinder beobachten, wie sie geneigt sind, die Fehler all der Menschen, die vor ihnen gelebt haben, immer wieder selber zu machen. Und wir als Eltern in unserem Erziehungskonzept tun es oft sehr schwer, den Kindern verständlich zu machen, warum es notwendig ist, auch aus den Fehlern zu lernen, die andere gemacht haben vielleicht und die man vielleicht dann auch selber gemacht hat. Aber ich denke, wenn wir in die Weltgeschichte zurückschauen, dann merken wir, dass der Mensch aus den Fehlern der Vergangenheit und auch seinen eigenen Fehlern schwerlich bereit ist, etwas zu lernen. Und das hat sich so in der ganzen Geschichte hindurch gezogen. Man könnte sich natürlich auch die Frage stellen, wann war es denn eventuell leichter, den Geboten Gottes weiterhin gehorsam zu sein und nicht zu sündigen und nicht weiter gegen Gott zu rebellieren. war es leichter damals, als Adam und Eva gelebt haben im Paradies und nachdem sie aus dem Paradies hinausgetrieben worden sind, aus dem Garten Eden und in die Welt draußen, die ja auch nicht schlechter war als das Paradies. Sie war ja nicht eine Welt, die schon alles Böse in sich hatte, sondern die Welt, in die der Mensch dann hinausgetrieben worden ist, war ja ebenfalls eine Welt, die von Gott geschaffen war. Also vollkommen und schön und nirgends war etwas Böses dort. Es gab keine bösen Menschen, es gab keine bösen Filme, durch denen Menschen versucht werden konnten und auf böse Gedanken gebracht werden sollten. Alles war ja immer noch unter Gottes Führung und unter Gottes Schutz. Das heißt, wenn Gott damals von Anbeginn trotz dieser ersten Sünde von den Menschen erwartet hatte, dass sie ihm weiterhin gehorsam sind, weiterhin glauben und tun, was er sagt, trotz dieser ersten Sünde, dann hätte es doch möglich sein müssen, dass es nicht von einem Verbrechen, von einem Sündenfall zu den anderen kommen hätte müssen. Ich denke, dass das nicht schwer nachzuvollziehen sein müsste, wenn wir das auf die Art und Weise einmal so überlegen. Und trotzdem, dass es so war, trotzdem, dass der Mensch die Gegenwart Gottes ja immer noch hatte, die Hilfe Gottes hatte, die Hilfe des Heiligen Geistes, kam es doch zu einem zweiten schwerwiegendem Sündenfall. Und wir denken dabei an die Geschichte von Cain und Abel. Das ist auch das, was uns hier nach dem ersten Sündenfall in der Bibel gleich als nächstes berichtet wird. Cain, der seinen Bruder Abel totschlägt. Eine unglaubliche Geschichte, wenn man bedenkt, dass sich das gleich irgendwann nach der Sündenfallgeschichte abgespielt hat. Man kann in etwa sogar wissen, wie lange das geschehen sein mag, wie lange nach der Schöpfung es zu diesem Mord kam. Das kann man daraus herausfinden, indem man 1. Mose Kapitel 4 Vers 25 liest, da steht hier, Adam erkannte abermals sein Weib und sie gebar einen Sohn, den nannte sie Seth. Denn Gott hat mir sprach sie einen anderen Sohn gegeben für Abel, den Cain erschlagen hat. Das heißt, dieser Seth, der nächste Sohn nach Cain und Abel, der uns hier berichtet wird, ist geboren worden, nachdem Cain den Abel erschlagen hat. Also muss das unmittelbar davor gewesen sein, als es zu diesem Totschlag kam. Und in 1. Mose Kapitel 5 Vers 3 steht auch ein ganz konkretes Jahr angegeben, wie alt Adam war, als er den Seth gezeugt hatte und als Seth geboren wurde. Da steht hier, und Adam war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn ihm gleich und nach seinem Bilde und nannte ihn Seth. Aus dem kann man in etwa Schluss folgern, dass wenn Seth also etwa im 130. Jahr des Adam geboren wurde, dann war kein vorher vor ihm in dieser Situation, wo er seinen Bruder Abel erschlagen hat. Also es könnte so um etwa 100, 120 Jahre oder vielleicht 125 Jahre nach der Sündenfall Geschichte gewesen sein, das heißt nach der Schöpfung. immerhin über 100 Jahre haben diese beiden Brüder offensichtlich doch in Frieden miteinander gelebt oder vielleicht doch nicht. Wir wissen es eigentlich nicht, was sich da vielleicht schon vorher abgespielt hat. Und man müsste sich ja die Frage stellen, war es möglich, dass es so von heute auf morgen einfach zu seinem Brudermord kommen konnte? Und wer war jetzt schuld daran? War Adams Sünde schuld, dass es zu diesem Brudermord kam? Die Bibel gibt uns eigentlich nicht Anlass, das jetzt unbedingt gleich so zu sehen, sondern wir haben einen Text im ersten Johannes Brief im Neuen Testament, also im ersten Brief des Johannes im Kapitel 3, da steht hier im Vers 11 und vielleicht ab Vers 10 von Vers 10 bis 12 ein interessanter Zusammenhang und da heißt es hier, daran wird es offenbar, welche die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels sind. Also es gibt Kinder Gottes und es gibt Kinder des Teufels, offensichtlich seitdem es diese Sünde in dieser Welt gegeben hat. Aber die Frage ist, musste es wirklich Kinder des Teufels geben? Wie konnte es dazu kommen? Nur wegen dieser einen Sünde im Paradies? Dann heißt es hier weiter, wer nicht Recht tut, der ist nicht von Gott und wer nicht seinen Bruder lieb hat, denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang, dass wir uns untereinander lieben sollen. nicht wie Kain, der von dem Argen war und erwürgte seinen Bruder und warum erwürgte er ihn? Das ist eine Frage, die hier gestellt wird. Warum kam es zu diesem Mord? Wer war schuld? Und da gibt es ja diese übliche Geschichte von diesem Opfer von Kain und Abel. Ja, da ging es eben um diese Geschichte, Kain hat hier ein Opfer gebracht, Abel hat ein Opfer gebracht, das eine hat Gott angenommen, das andere hat Gott nicht angenommen, Kains Opfer wurde nicht angenommen, daraufhin wurde der Kain eifersüchtig und hat dann letztendlich seinen Bruder erschlagen. Und meistens gehen die Erklärungen in diese Richtung, dass es hier einfach um dieses Opfer ging und dass Gott eigentlich im gewissen Sinne der Auslöser für diesen Hass, den Kain entwickelt hat, gewesen sein könnte, weil er eben das Opfer von Kain nicht angenommen hat und von Abel schon. Aber hier steht eigentlich nichts vom Opfer, sondern hier steht grundsätzlich von der Haltung des Kain. Und da steht hier, weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht. Das ist die Erklärung, die wir hier in diesem Text eigentlich finden. Kain erschlug seinen Bruder, weil seine Werke böse waren. Und das musste mehr gewesen sein, als nur eventuell ein Opfer, das nicht im Sinne Gottes gebracht worden ist. Wir wissen, dass selbst die besten Opfer, selbst die richtigsten Opfer, die ein Mensch bringen kann, wenn er in einem verkehrten Herzen tut, wenn er in seinem Herzen nicht bei Gott ist und nicht in einem Liebesverhältnis, in einem rechten Beziehungsverhältnis mit Gott lebt und im Streit vielleicht mit Mitmenschen lebt, dann hilft ihm das beste Opfer nichts. Dann wird Gott sein Opfer nicht annehmen. Und das wird offensichtlich hier auch bei Kain der Fall gewesen sein. Wir haben es jedenfalls hier das erste Mal mit einer Situation zu tun, wo ein gerechter Mensch, von dem was hier geschrieben steht, ist von Abel die Rede, seine Werke waren gerecht und die seines Bruders waren böse. Das heißt, ein erster Märtyrer, so kann man das jetzt sagen, ein erster Mensch, der deshalb seinen Tod erleiden musste, unschuldiger Weise, weil sein Bruder ein ungerechter Mensch war und ungerecht gehandelt hat, weil er irgendwo Ungerechtigkeit hatte, auch immer damit zu tun, dass hier Gott nicht geglaubt wird, dass Gottes Gebote übertreten werden. Und die Frage stellt sich, musste das kein tun, nur weil Adam vielleicht 100 Jahre, 120 Jahre vorher gesündigt hat, weil seine Eltern gesündigt haben, ich habe hier, Entschuldige, jetzt muss ich mir, ich habe hier ein Wort in dem Buch Patriarchen und Propheten gefunden, wo auch hier eine Aussage von Elmweid geschrieben steht, und da heißt es hier, kein hätte wie Abel die Wahrheiten kennenlernen und annehmen können. Er war keiner willkürlichen Entscheidung preisgegeben. Gott hatte nicht den einen Bruder erwählt und den anderen verworfen. Nur entschied sich Abel für Glauben und Gehorsam, kein dagegen für Unglauben und Empörung. Und ich glaube, so einfach ist das, wenn man fragt, wer ist jetzt, wenn man hier nach dem Sündenbock fragt, dann kann man nicht die ganze Schuld jetzt auf Adam legen und auf Eva, die ihre Sünde damals getan haben. Natürlich haben sie hier irgendwo etwas ausgelöst, was natürlich die Sünde erleichtert hat, was zur Sünde hin irgendwo den Weg geöffnet hat. Aber wenn wir die Bibel richtig studieren und auch diese Aussagen, die wir hier haben, überlegen, dann liegt da schon eine sehr große Logik drinnen, dass man sagt, es kann doch nicht jeder Mensch für sein Verbrechen eine Sündenbox suchen, auf den er dann das ablegen kann und sich dadurch aus seiner eigenen Verantwortung heraus stehlen möchte. Adam oder Cain war war genauso nicht gezwungen etwas verkehrtes zu tun wie auch Adam und Eva ursprünglich nicht gezwungen waren gegen Gott gehorsam zu sein und ungehorsam zu sein vielmehr. Man kann auch bei Cain die Frage stellen hat Gott bei ihm etwas getan hat Gott ihm gegenüber etwas getan um ihm vor diesem Übel das vielleicht in ihm aufgekommen ist wo da irgendwo Gedanken gekommen sein mussten hat Gott etwas getan damit Cain irgendwo eine Feindschaft entwickeln konnte gegen das Böse gegen dieses teuflische Element das sich da in seinen Gedanken breit gemacht hat und tatsächlich ist es so denn in 1. Mose Kapitel 4 da lesen wir sehr deutlich als Gott merkte dass Cain innerlich ergrimmte gegen seinen Bruder da stellt er ihn zur Rede und da heißt es hier in 1. Mose Kapitel 4 Vers 6 da sprach der Herr zu Cain warum ergrimmst du warum senkst du deinen Blick ist nicht also wenn du fromm bist so kannst du frei deinen Blick erheben bist du aber nicht fromm das heißt nicht rein bist du nicht heilig so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie verlangen du aber herrsche über sie und hier haben wir einen ganz deutlichen Auftrag den Gott trotz des Sündenfalls im Paradies für Cain gegeben hat aber gleichzeitig auch in dem Fall für alle seine Nachkommen und für alle Nachkommen von Adams und Eva galt hier ganz deutlich dieses Wort die Sünde lauert vor deiner Tür und das war wohl der Fall für alle Menschen die seit Adam und Eva geboren wurden vor jeder Tür des Herzens und vor jeder Tür eines Menschen kann die Sünde nur lauern und auch den Menschen Verlangen haben aber Gott gibt den Auftrag du aber herrsche über sie und das bedeutet wenn Gott so einen Auftrag gibt wenn er den Menschen in diese Verantwortung ruft und sagt pass auf lass dich nicht von dieser Sünde von dieser Versuchung über mannen sondern herrsche über sie wenn Gott diesen Auftrag gibt dann und dieses Gebot eigentlich gibt dann muss das ja eigentlich wohl auch erfüllbar sein sonst würde ja Gott vom Menschen etwas verlangen was er nicht bringt natürlich setzt es voraus dass der Mensch hier mit Gott zusammenwirkt dass er den Heiligen Geist diese Kraft Gottes in sich wirken lässt und dadurch von Gott die nötige Orientierung empfängt die nötige Kraft empfängt dem Ungehorsam zu widerstehen und irgendwo einer Lust die aufkommt oder einer Aggression die in einem aufkommt oder irgendeinen Gedanken etwas Verkehrtes zu tun dem zu widerstehen nur in diesem Sinne kann diese Aussage verstanden werden du aber herrsche über sie und trotzdem wissen wir Cain hat diese Beherrschung verloren und das nächste Übel war da dieser zweite Sündenfall ein gleich ein Mord also gleich das schlimmste was eigentlich passieren konnte wo man sich fragt wie war das möglich und zwar so schnell in einer Umgebung wo es kaum Menschen gegeben hat noch die irgendwo sich gegenseitig so böse beeinflussen konnten wie das heute zum Beispiel der Fall ist aber bei diesem Sündenfall bei einem ersten Mord blieb es auch nicht wenn hier Elmeth geschrieben hat es gab eine Reihenfälle von Sündenfällen was was war dann der nächste Sündenfall den wir in der Bibel finden und diesbezüglich ist ja das vierte Kapitel im ersten Buch Mose ein sehr interessantes Kapitel weil wir hier ganz konkret hintereinander eine Sündenfall nach dem anderen finden können und das nächste was wir hier haben ist dass im Vers 17 steht im Kapitel 4 Vers 17 oder Vers 16 schon dass Kain von Gott wegging als er ihn gerufen hat und ihm die Möglichkeit gegeben hat auch umzukehren wieder zu Gott zurückzukehren denn wenn man diese Geschichte von Kain richtig weiterliest und ist ja den meisten von uns bekannt und den meisten Bibellesern bekannt Gott hat dir den Kain nicht einfach preisgegeben sondern er ist ja auch zu ihm gegangen und hat gesagt was hast du getan und dann kam diese Antwort soll ich meines Bruders Hüter sein nicht und wieder eine Schuldverschiebung oder eine Schuldvertuschelung sich aus der Verantwortung ziehen das Verhalten das Kain hier an den Tag gelegt hat war er auch schon wieder ein weiterer Sündenfall dass er nicht bereit war seine Sünde einzugestehen und vielleicht auch Gott um Vergebung zu bitten sondern sich dann erst recht von Gott entfernt hat obwohl Gott ihm die Möglichkeit gegeben hat ganz sicherlich auch versöhnt mit ihm zu werden aber da heißt es hier in 1. Mose 4 Vers 16 so ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not jenseits von Eden gegen Osten und damit hat er eigentlich ein Leben in dieser Geschichte der Menschheit jenseits von Eden begonnen ein Sohn von Adam und Eva einer der ersten Menschen in einer wunderbaren Welt die Gott geschaffen hat entfernt sich von Eden und geht jenseits von Eden und was spielt sich jetzt dort jenseits von Eden ab und wir leben eigentlich man muss fragen leben wir wir leben ja in dieser Welt jenseits von Eden im Vers 17 steht und Kain erkannte sein Weib die war schwanger und gebar den Henoch und dann heißt es hier und er baute eine Stadt die nannte er nach seines Sohnes Namen Henoch ein Städtebauer wurde Kain auch eine interessante Darstellung man könnte darüber hinweg lesen aber ich denke das hat auch eine Bewandtnis warum das hier so extra erwähnt wird er baute eine Stadt und die nennt er nach seines Sohnes Namen das heißt hier wird eine Stadt einem Sohn geweiht man muss sich fragen was hat hier für ein Denken begonnen hier haben sich Menschen Denkmäler gesetzt hier ist nicht mehr Gott der gewesen dem zu Ehre man vielleicht eine Stadt gebaut hätte oder ein Haus gebaut hätte sondern man hat hier einen Namen eines Menschen genommen und diese Stadt nach diesem Namen benannt das zeigt wohin das Denken von Kain gegangen ist nicht mehr Gott die Ehre zu geben für irgendwelche Dinge sondern Menschen sein eigenem Fleisch und Blut und die Frage ist auch ob es im Willen Gottes unbedingt stand dass Menschen Städte bauen wenn die ganze Erde ein schönes Feld ist und man sich auf dieser ganzen Erde ausbreiten konnte warum baut der hier dann eine Stadt und seither wissen wir hat es immer wieder Menschen gegeben die Städte gebaut haben und die sich in Städten zusammengefärgt haben und diese Städten sind auch Brutstädten für Kriminalität geworden und Brutstädten für Verbrechen bis heute können wir das beobachten und das war offensichtlich auch wenn wir in die Altertumsgeschichten hineingehen war es nicht viel anders auch eine Auswirkung ein weiterer Sündenfall der hier passiert ist und wir haben auch in dieser Geschichte wenn wir im Vers 23 weiterlesen oder zuerst im Vers 19 haben wir eine weitere Sündenfall Geschichte ein weiterer Sündenfall da ging es in den moralischen Bereich und da wird von Lamech gesprochen der hier als der siebente nach Adam aufgezählt wird und da heißt es hier im Vers 19 Lamech aber nahm zwei Frauen eine hieß Ada und die andere Silla das war auch nicht Gottes Plan Gott wollte dass der Mensch eine Ein-Ehe führt und dass Mann und Frau ein Fleisch werden und dass sie für immer eine Ehe haben und diese Ehe nicht gebrochen werden sollte sondern aus dieser Ehe eine gesunde Familie entsteht Kinder entstehen die in Harmonie aufwachsen können und dort in Harmonie geboren werden können und plötzlich kommt da ein Mensch auf die Idee dieses diese Regel Gottes die ja von Anfang an von Adam und Eva festgelegt hat dass es hier zu einer Ein-Ehe kommen sollte dass das gebrochen wurde eine Geschichte die sich dann weiterentwickelt hat wo wir dann im Kapitel 6 vor der Sintflut diese Geschichte vor der Sintflut haben wo es dann heißt als aber die Menschen sich zu Meeren begannen auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden da sahen die Gottessöhne wie schön die Töchter der Menschen waren und nahmen sich zu Frauen welche sie wollten und Jesus hat ja auch in seinem Endzeit Kapitel in Matthäus 24 darauf aufmerksam gemacht dass es hier eine Entwicklung gegeben hat wie sie am Ende der Zeit wieder sein wird wo die Menschen heirateten sich und freiten und wieder sich heiraten und eine Welt die damals so begonnen hat und die wir heute nur mehr fast so kennen eine Sündenfallgeschichte nach der anderen die hier stattgefunden hat wer war schuld war Adam schuld war Adams Sünde schuld für all das niemand hat den den Lamech gesagt dass er zwei Frauen nehmen sollte weil der Adam gesündigt hat das war eine persönliche Entscheidung die er getroffen hat und das Unheil das dabei herausgekommen ist das werden wir vielleicht einmal in der Ewigkeit erst offenbart bekommen was daraus für negative Entwicklungen fortgegangen sind von diesem Lamech wird gezeigt dass er selber in seinem Charakter offensichtlich unter dieser unter dieser Verirrung in seiner Moral sehr stark gelitten haben muss denn was hier in Vers 23 dann von diesem Lamech gesagt wird zeigt dass er hier ein echtes Problem gehabt hat dass in seinem Leben eine Brutalität sich breit gemacht hat die unerhört ist denn es heißt hier Lamech sprach zu seinen Frauen Ada und Ziller höret meine Rede ihr Weiber Lamechs merkt auf was ich sage einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beule also wenn das nicht eine Brutalität ist die sich hier in diesem Menschen breit gemacht hat dann weiß ich nicht was einen Mann zu erschlagen für eine Wunde und ein Kind einen Jüngling für eine Beule die er ihm irgendeiner zugefügt hat das ist eine Brutalität eine Grausamkeit die nahe an das herankommt was wir heute vielleicht da und dort auch schon erkennen können aber da sind wir 6000 Jahre später dran und dass sich das damals schon so intensiv entwickelt hat das ist schon sehr bemerkenswert im Vers 24 heißt das da sagt Lamech dann weiter kein soll siebenmal gerecht werden aber Lamech siebenundsiebzigmal und damit sehen wir dass hier eine Tür aufgebrochen worden ist für eine Entwicklung der Bosheit wo ein Sündenfall nach dem anderen kam und wo man nicht sagen kann dass für all das letztendlich nur diese eine ursprüngliche Sünde schuld war denn nicht alle Menschen haben ja eine solche Entwicklung genommen wir wissen ja dass in dieser Zeit es Menschen gegeben hat Lamech zum Beispiel der siebte nach Adam war ein Zeitgenosse eines anderen Mannes der auch als der siebte nach Adam beschrieben wird in Kapitel 5 Vers 21 da haben wir es mit dem Henoch zu tun und von diesem Henoch wird hier gesagt in 1. Mose 5 22 und Henoch wandelte mit Gott und nachdem er Methuselach gezeugt hatte lebte er 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter und sein ganzes Alter war 365 Jahre und weil er mit Gott wandelte nahm in Gott hinweg und er war nicht mehr gesehen und das ist eine Geschichte von einem Mann der in der Zeit gelebt hat wo Lamech diese Brutalität entwickelte und wo er wahrscheinlich mit seiner Brutalität nicht alleine geblieben ist denn wenn er hier sagen konnte Cain soll siebenmal gerecht werden aber Abel 77 mal dann zeigt das hier schon dass es hier seit Cain seit Cains Brudermord dass es hier eine Entwicklung in dieser Richtung weitergegangen ist die 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 endlos war und deshalb verstehen wir dann auch wenn hier einige Zeit später dann im Zusammenhang mit dieser vorsinnflutlichen Geschichte wo Gott dann dem Noah erwählt hat gesagt worden ist im Kapitel 6 Vers 5 als aber der Herr sah dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da da reute es ihm dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen wie musste Gott hier selbst gefühlt haben vom Himmel zu sehen und zu sehen was hier Menschen die er nach seinem Ebenbild geschaffen hat was sich in diesen Menschen da abgespielt hat aber Gott musste auch gesehen haben und er hatte auch gesehen dass das nicht in alten Menschen sich so entwickelt hat also sind gerade die gläubigen Menschen und noch war einer davon er war so gläubig er war so treu er war so heilig und gottesfürchtig dass Gott kein Problem hatte diesen Mann aus dieser Schlechtigkeit dieser Welt herauszunehmen und ihn in den Himmel zu bringen und ihn dort seither für alle Ewigkeit zu belassen ich denke dass uns das zu denken geben sollte und dass darüber eigentlich vielleicht in der christlichen Theologie viel zu wenig nachgedacht wird dass hier Gott die Möglichkeit geschaffen hat dass Menschen trotz des Sündenfalls trotz dieser ersten Sünde ein solches Leben führen konnten mit der Hilfe Gottes dass Gott sie letztendlich aus dieser finsteren Zeit schon in den Himmel nehmen konnte und wissen konnte dass die reif sind für den Himmel und eine Ewigkeit dort sein werden können ohne je wieder auf die Idee zu kommen weiterhin zu sündigen und wenn es Gott mit Henoch geschafft hat wenn es mit einem Menschen geschafft hat wenn es bei einem Menschen möglich war dass diese Sünde nicht weitergeht in ihrem Leben sondern dass sie der Sünde widerstehen und dass sie mit Gott wandeln dann hätte das doch auch für alle anderen Menschen genauso stattfinden können können dann kann man nicht sagen dass die eine Sünde die Adam und Eva getan haben automatisch unweigerlich zu all den Übeln führen konnte die sich weiterhin in der Geschichte der Menschheit abgespielt haben Entschuldigung steckt mir was im Hals ich habe hier eine weitere Aussage aus dem Buch Patriarchen und Propheten und eine sehr bemerkenswerte Aussage die das jetzt bestätigen möchte was wir hier miteinander erarbeitet haben und gesagt haben da sagt hier hätten die vor der Sintflut lebenden Menschen der Warnung geglaubt und ihr böses tun bereut dann würde der Herr seinen Zorn genauso abgewendet haben wie bei Ninive das heißt wir sind hier im Zusammenhang mit der Sündenfall Geschichte wo die Möglichkeit bestanden hat dass auch diese Sintflut die als Ankündigung für dieses böse Treiben der Menschen gedacht war dass sie nicht unbedingt kommen müsste kommen hätte dass sie auch nicht kommen hätte müssen wenn die Menschen auf die Warnungen die ihnen gegeben worden sind gehört hätten und schon vorher heißt es hier hätten die Menschen mit Gott zusammen gewirkt von Anfang an trotz des Sündenfalls dann hätte es keine Kein Anbeter gegeben das bedeutet selbst nachdem Kein seinen Bruder erschlagen hat hätte es nicht dazu kommen müssen dass Kein noch so viele Anbeter bekommt und das ist eine sehr interessante Aussage von Kein Anbetern zu sprechen das heißt von Menschen die offensichtlich dem Kein gefolgt sind in ihrem Bruders das war seine eigene Schwester die letztendlich geheiratet hat denn wir haben ja vorhin gelesen er erkannte sein Weib und sie wurde schwanger und sie gebar in diesen Sohn den Henoch und das war ja nur möglich dass Kein konnte seine Frau nicht von irgendwo her haben sondern Kein als Frau konnte nur aus dieser Familie des Adams gestammt haben und das heißt auch hier dass Adam nicht nur Söhne gezeugt hat sondern auch Töchter und ursprünglich war es eben so das war der Plan Gottes dass von einem Menschen alle Menschengeschlechter abstammen sollten und offensichtlich war ein Kind von Adam und Eva eine Schwester von Kein und Abel bereit mit diesem Kein eine Ehe einzugehen und eine Nachkommenschaft zu zeugen und die wir dann hier in Kapitel 4 schon geschildert haben aus denen dann so eine furchtbare Nachkommenschaft herauskam aber wenn die Menschen mit Gott zusammen gewirkt hätten wenn die weiteren Nachkommen die da aus der Familie Adams gekommen sind bei Gott geblieben wären wenn sie gehorsam gewesen wären dann hätte es keine Kein Nachfolger gegeben so möchte ich das jetzt beschreiben der Text geht hier weiter und sagt sie Abels Beispiel des Gehorsams wäre befolgt worden die Menschen hätten dem Willen Gottes getan das heißt es wäre möglich gewesen dass Menschen den Willen Gottes tun auch trotz dieser ersten Sünde sie hätten seinem Gesetz gegenüber gehorsam sein können und durch Gehorsam hätten sie Erlösung gefunden in diesem Vertrauen zu Gott und diesem Vertrauen heraus in Gehorsam zu leben Ellen White sagt hier ganz klar sie hätten Erlösung gefunden das heißt das Übel hätte sich nicht mehr endlos weiter verbreiten müssen in dieser Welt Gott und das himmlische Universum hätten ihnen dabei geholfen die göttliche Ähnlichkeit zurück zu gewinnen Gott hat den Menschen zu seinem Ebenbild geschaffen und er wollte nicht dass dieses Ebenbild durch Jahrtausende hindurch sich immer mehr und mehr von Gott entfernt sondern hier haben wir eine Aussage die es wert ist dass wir sie ernst nehmen dass wir ihr nachgehen und dass wir es überlegen wenn es heißt Gott und das ganze himmlische Universum der ganze Himmel die ganze Engelwelt hätten den Menschen diesen ersten Menschen die die aus der Familie von Adam und Eva gekommen sind hätten ihnen geholfen die göttliche Ähnlichkeit zurück zu gewinnen und offensichtlich war das ja bei Henoch der Fall der schon sieben Generationen nach Adam lebte und gerade aus dem Grund wenn er nicht diese Ähnlichkeit Gottes diese Gott Ähnlichkeit gehabt hätte in seinem Leben hätte es keinen Grund gegeben warum Gott ihn da in den Himmel entrücken sollte Langes Leben wäre erhalten geblieben und Gott hätte seine Freude am Werk seiner Hände gehabt die Erde hätte können in Frieden weitergehen warum in Unfrieden und wenn sie hier sogar von Erlösung spricht dann kann man fragen wenn Gott einen Menschen in den Himmel nehmen hat können warum hätte er nicht schon alle anderen Menschen ja auch hinnehmen können und ihnen das Paradies besser zugänglich machen oder schneller zugänglich machen können diese Aussage hier weiter hätten die Menschen dann vor der Sintflut die Warnung geglaubt die auch durch Noah noch gegeben worden ist würde der Herr seinen Zorn genauso abgewendet haben als er schon die Sintflut angekündigt hat wie er das später bei Ninive getan hat aber weil sie gegen besseres Wissen handelte und gegen die Warnungen des Propheten Hartnäcki Widerstand leistete machte jene Generation das Maß ihrer Ungerechtigkeit voll und wurde reif für die Vernichtung Gott hat hier durch Noah die Sintflut angekündigt einer Menschheit die schon so sich entwickelt hat Richtung des Bösen hin dass sie nur mehr jeden Tag trachteten was böse war und Gott lässt einen Propheten erstehen von einem Mann von dem dann gesagt wird und Noah fand Gnade vor dem Herrn in 1. Mose Kapitel 6 Vers 8 lesen wir Noah fand Gnade vor dem Herrn dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten er wandelte mit Gott Solche Aussagen sollten wir ernst nehmen und auch als Christen mehr reflektieren es ist hier von vorhin haben wir von Henoch gelesen der hat immerhin noch über 600 fast 700 Jahre 800 Jahre vor der Sintflug gelebt da war die Bosheit der Menschheit noch nicht so groß wie sie zur Zeit Noahs war und von Noah wird hier gesagt er wandelte mit Gott und zwar ohne Tadel zu seinen Zeiten also war es möglich trotz der Sünde Adams trotz des Sündenfalls für manche Menschen die eben sich mit Gott verbunden haben ein gotteswürdiges heiliges Leben zu leben wie anders hätte sich die Welt entwickeln können wie anders hätte sich die Situation ergeben es hätte niemals zu einer Situation kommen können wo es hier steht alles Dichten und Trachten waren nur böse immer da so dass es Gott sogar selber geräut hat dass er diese Menschen geschaffen hat und letztendlich entschieden hat eine Sintflut über diese Welt hereinbrechen zu lassen war Adams Sünde schuld an Sintflut bei Sintflut bei jeder einzelnen Geschichte die hier am Anfang der Bibel steht müssten wir dieselbe Frage stellen und wir merken eigentlich müssten wir immer diese Frage beantworten jede Generation und jeder Mensch ist für seine Sünden und für die Verbrechen verantwortlich die diese Generation oder dieser Mensch vollbracht hat zu seinen Zeiten in denen er lebte und wir können nicht einfach die erste Sünde für alles schuld machen dieses Sündenbock Syndrom das da in uns drinnen ist sollte doch uns dazu führen dass wir die Dinge richtig darstellen wenn wir dann weiterschauen in der Geschichte dann könnten wir diese Frage stellen wer war schuld an dieser Geschichte von Turm zu Babel nach der Sintflut an der Sprachenverwirrung die als Folge dieser Rebellion wiedergekommen ist Adam wird einmal im Himmel wenn er Gott Gnade schenkt im Himmel zu sein und er wird auch diese im Rückblick die Weltgeschichte offenbart bekommen und wenn uns Gott Gnade schenkt dann werden wir auch einmal zurückschauen in die ganze Weltgeschichte und wir werden merken jede Generation jeder Mensch ist für die Sünden verantwortlich gemacht werden die er selber getan hat und die Generation die gelebt hat wird für ihre Sünden verantwortlich gemacht vor Gott die sie getan haben Sodom und Gomorra eine weitere Geschichte die in der Bibel beschrieben wird niemand könne sagen Sodom und Gomorra ist wegen der Sünde Adams und Eva in den Untergang gekommen und hat diese Schicksale erlebt oder wenn wir später die Geschichte des Volkes Gottes anschauen wo es ja viel Leid und viel Elend gegeben hat 400 Jahre Sklaverei in Ägypten wer war schuld kann können wir alle Adam für dieses Vergehen schuldig machen der Zusammenbruch der Weltreiche der Aufstieg der Weltreiche Ägypten Assyrien Babylon Medopäasien Griechenland Rom all diese Kriege der ganzen Geschichte hindurch war Adam schuld an all dem ein erster zweiter Weltkrieg bis in unsere heutige Zeit herein und ich denke es wäre zu oberflächlich gesprochen wenn man für all die Millionen Toten die durch Menschen zustande gekommen sind wo jeder Einzelne seine Verantwortung hat wo Herrscher in dieser Welt ihre Verantwortung haben dass wir dann einfach sagen können diese Sünde im Paradies die Adam und Eva begangen haben war schuld daran Erdbeben Katastrophen alles was wir heute in der Welt sehen wer ist der Schuldige an all diesen Dingen es ist sehr bemerkenswert dass wenn wir in das Neue Testament gehen und Jesus fragen wer schuld ist an dem Ganzen werden wir nicht entdecken wir werden nicht einen einzigen Text finden in dem Jesus Adam für alle Übel schuldig erklärt die es in dieser Welt gegeben hat nicht ein einziges Mal hat Jesus Adam in den Mund genommen um ihn verantwortlich zu machen für die Übel zum Beispiel die damals zu seiner Zeit als Jesus auf Erden war geherrscht hat sondern wir haben ganz deutliche Strafreden die Jesus an die Pharisäer und Schriftgelehrten gehalten hat also an die Menschen seiner Zeit die er aufgerufen hat Buße zu tun und umzukehren um dem Übel ein Ende zu machen Jesus hat ganz deutlich die Menschen verantwortlich gemacht die zu seiner Zeit gelebt haben aber darüber natürlich auch hinaus immer wieder auch auf Satan den Urheber den eigentlichen Urheber des Bösen aufmerksam gemacht und wie wir das letzte Mal gesprochen haben er war der der das Unkraut gesät hat er der der zwischen den Weizen das Unkraut gesät hat und obwohl er das getan hat hat auch Jesus nicht Satan allein für alles schuldig erklärt denn wenn es so wäre dann könnte Gott einfach den Satan vernichten und letztendlich die Menschen die auch die gottlosen Menschen einmal leben lassen einfach sie von dieser Macht des Bösen des Teufels zu befreien und dann zu glauben dass dann das Böse nicht mehr weiter gehen würde und ich meine dass gerade in der Tatsache dass am Ende der Zeit wo wir in die Offenbarung hineinschauen wo dann letztendlich nach den tausend Jahren das Feuer vom Himmel fallen wird und alles Gottlose in dieses Gericht geworfen wird das zeigt dass letztendlich nicht nur einer schuldig sein kann für das Böse sondern letztendlich all das verantwortlich gemacht wird was sich gegen Gott aufgelehnt hat Jesus hat gewarnt vor dieser Macht des Bösen ich denke hier an eine Aussage in Offenbarung Kapitel 12 wo in diesem Zusammenhang mit der Sündenfallgeschichte beschrieben wird wo Satan beschrieben wird dass er gestürzt wurde vom Himmel auf diese Erde der große Drache die alte Schlange die da heißt Teufel und Satan der die ganze Welt verführt und da muss man sich die Frage stellen ja muss es so sein war es vorprogrammiert war Adam schuld dass Satan dann die Möglichkeit bekommen hat die ganze Welt so zu verführen dass dann letztendlich ein solch furchtbares Geschehen in dieser Welt hervorkommt und ich denke das was wir heute Abend hier behandelt haben was wir wo wir diese Geschichten uns da etwas in Erinnerung gerufen haben und bewusst gemacht haben da können wir nur mehr sagen dass niemand gezwungen ist sich verführen zu lassen Gott hat alles getan damit der Mensch die Möglichkeit hat der Verführung nicht nachzugeben Jesus selbst ist in diese Welt gekommen und er hat uns durch sein Leben ein Vorbild gegeben wie er selbst diesen Teufel diesen brüllenden Löwen der durch diese Welt geht wie das der Apostel Petrus beschrieben hat und sucht welchen er verschlinge und Jesus selbst hat im Johannes Evangelium von diesen Fürsten gesprochen der in diese Welt kommt in Johannes Kapitel 14 ein Text der sehr bemerkenswert ist wo er gesagt hat ich werde nicht mehr Johannes Kapitel 14 Vers 30 da sagt Jesus ich werde nicht mehr viel mit euch reden denn es kommt der Fürst der Welt er hat keine Macht über mich Jesus konnte sagen er hat keine Macht über mich und Jesus war ein Mensch wie wir und er hat als Mensch wie wir in dieser Welt gelebt und ist ebenfalls von allen möglichen Menschen gehasst verspottet verlacht und wie viel Leid ist ihm angetan worden und wenn wir jetzt gerade in dieser Osterzeit sind dann denken wir jetzt gerade in dieser Zeit an diese ganze Passions Geschichte wie was man Jesus damals angetan hat weil er bereit war diesen Bösen nicht nachzugeben weil er bereit war Feinde zu lieben und nicht Feinde zu hassen weil er bereit war für die Wahrheit einzustehen und sich keiner Lüge hinzugeben und was hat man getan mit ihm man hat ihn ans Kreuz genagelt und man hat ihn verachtet verspottet und ich würde jeden einzelnen von uns an diesem Wochenende besonders empfehlen einmal diese ganze Passionsgeschichte mindestens in einem Evangelium vielleicht einmal in diesem Johannes Evangelium diese Passionsgeschichte noch einmal sich ganz zu vergegenwärtigen und auch dort dann die Frage zu stellen wer war schuld dass Jesus ans Kreuz genagelt wurde war Adam schuld und war die Sünde Adams und Eva schuld dass die Generation die damals gelebt hat als Jesus auf Erden war dann Jesus ans Kreuz genagelt hat ich denke Satan ist es gelungen den Menschen immer wieder einen den verkehrten Sein einzureden den Menschen immer wieder einzureden wer schuld ist und die Schuldfrage wird ja bis heute immer sehr schwer geklärt Gerichte haben große Probleme die Schuldfrage immer wieder zu klären und offensichtlich gibt es auch im religiösen Bereich große Probleme Wahrheit und Irrtum voneinander zu unterscheiden und auch diese Schuldfrage richtig darzustellen ich glaube nicht dass Gott Adam einmal verantwortlich machen wird für das was die Generation gemacht hat die damals gelebt hat als Jesus auf Erden war und die ihn gekreuzigt haben und die damals gerufen haben ans Kreuz mit ihm und als Pilatus noch sich für Jesus einsetzte und sagte was hat er denn Übles getan ein Mensch auf dem man böse war und der nichts Übles getan hat der für das Gute in dieser Welt eingestanden ist und den Menschen den Weg zum ewigen Leben zeigen wollte und man hat ihn als Kreuz genagelt und letztendlich Jesus der dort am Kreuz noch ein wunderbares Vorbild gegeben hat für uns die wir manchmal auch herausgefordert werden und der dort am Kreuz gebetet hat Vater vergib ihnen denn sie wissen nicht was sie tun möge Gott uns diesen Geist Jesus schenken dass wir auch in solchen extreme Situationen wo wir gefordert sind entweder zu sündigen entweder unseren müssen unseren Aggressionen nachzugeben oder lieber einen qualenvollen Tod zu sterben lieber verspottet und verlacht zu werden um des Glaubens willen als der Sünde nachzugeben möge dieses Beispiel Jesu für uns alle auch in dieser Osterzeit in besonderer Weise ein Ansporn sein unser Leben neu zu überdenken und auch die Schuldfrage in unserem eigenen Leben richtig zu klären Gott helfe uns und ich hoffe dass diese Gedanken die wir heute miteinander durchgedacht haben doch den einen und anderen auch einen Blick geöffnet haben vielleicht in eine Richtung die wir vielleicht so nicht gewohnt sind zu sehen aber wir wollen nicht die Schuld woanders suchen als lasst 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 uns noch abschließend miteinander und und unser Leben immer wieder neu zu ordnen und mit dir in Übereinstimmung zu leben schenk uns den tiefen Glauben eine tiefe Beziehung zu dir und gib dass wir bereit sind ein Leben zu leben das deinem Ebenbild ähnlicher wird vergib uns unsere Schuld und vergib uns alle unserer Sünden die wir immer wieder tun aber gib uns auch die Kraft der Sünde zu widerstehen und auch für andere Menschen ein Vorbild zu sein und so dir Ehre zu bereiten in dem wie wir unser Leben gestalten so segne alle die jetzt auch mit dabei waren und begleite uns weiterhin auch in dieser Osterzeit jetzt dass wir in der rechten Besinnung auch diese Tage verbringen können hab Lob und Dank in Jesu Namen Gut dann danke ich euch wieder fürs dabei sein und hoffe dass der eine oder andere Gedanke dabei war den wir mitnehmen können und der uns im Alltag begleiten möchte ja ich denke ich werde mich jetzt verabschieden ich bin mir nicht sicher ob das Chat gelaufen ist aber momentan kann ich da nichts erkennen ich werde jetzt die Aufnahme jedenfalls stoppen und wünsche euch alles Gute und Gottes Segen auf Wiedersehen Amen 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 Vielen Dank.